Servus Leute und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf dem CryptoEye-Kanal. Ich bin Finn und zusammen mit Timo und Liam werden wir uns heute mal wieder die interessantesten und relevantesten Themen rund um die Krypto-Szene anschauen. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal an, was bei den On-Chain-Daten, gerade beim Supply, der im letzten Jahr bei Bitcoin aktiv war, los ist. Was das mit dem Bitcoin-4-Greed-Index zu tun hat. Danach schauen wir uns natürlich mit Liam zusammen nochmal die Charts angehen, wirklich auf die relevantesten Preislevel ein. Und am Ende kommt natürlich Timo nochmal mit dem News-Part, der euch heute mal etwas darüber erzählt, was aktuell die Bitcoin-Data so zeigt, warum das Ganze denn tendenziell vielleicht in eine bürgerische Richtung gehen könnte. Dementsprechend würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn euch das Video gefällt, gerne auch ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, freut euch immer extrem. Und natürlich für alle, die neu hier sind, unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Verpasst den nicht, wir laden jeden Tag, sieben Tage die Woche bis 14 Uhr ein Video hoch. Also ihr seid wirklich jeden Tag auf dem neuesten Stand der Dinge. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber auch sofort rein in die On-Chain-Daten. So Leute, wie ich eben schon erwähnt hatte, sprechen wir heute mal über den Percentage of Supply Last Active One Year Plus. Das bedeutet sozusagen der Prozentsatz an Personen, die im letzten Jahr ihre Bitcoin in Wallets verschoben haben, verkauft haben, gekauft haben oder was auch immer. Das ist so ein kleiner Indikator hier, wie ich hier ein On-Chain-Colleague richtig dazu schreibe. All-Time-High, also wir haben ein neues All-Time-High bei 65% der Bitcoin, die seit einem Jahr nicht mehr bewegt wurden. Wenn man das Ganze sich historisch ansieht, macht diese Metric hier immer natürlich Higher Highs, Higher Lows, Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low. Und immer, wenn man sozusagen ein neues Higher High gesehen hat und sozusagen einen Top hier gesehen hat, hat das historisch gesehen immer indiziert, dass wir wieder einen neuen Bullenmarkt bzw. eine Upside Rallye sehen werden. Gerade wenn man sich hier wirklich mal anschaut, 2013 haben wir hier schön einen Top gesehen im Endeffekt bei diesem Supply Last Active, also bei dem Supply, der im letzten Jahr bewegt wurde. Und schon hatten wir hier wirklich einen massiven Bullenmarkt. 2016 genau das gleiche, wir haben hier ein schönes High gesehen, seitdem ging es dann eigentlich nur noch straight aufwärts. Und natürlich so ein bisschen korrelierend dazu ist natürlich auch, dass wir hier natürlich die Lows tendenziell auch immer zu den All-Time-Highs dann hatten. Und auch 2021 war das wieder ein bisschen der Fall. Wir haben hier das High gesehen und seitdem gab es dann nochmal eine wirklich massive Rallye hier von knapp 10k oder irgendwas hoch auf 60.000. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt hier wieder das Low gesehen und jetzt wäre natürlich die Frage, wir haben jetzt hier wieder unsere vorherigen Highs übertroffen. Das heißt, theoretisch klar, wir könnten jetzt hier noch wirklich massiv weiter ansteigen auf vielleicht 70% oder irgendwas, die sich, also Supply, der sich im letzten Jahr nicht mehr bewegt hat. Aber irgendwann, wo dann auch immer dieser Kehrpunkt hier wäre, würde das für uns theoretisch wieder bedeuten, dass es gut sein könnte, dass wir in die nächste Rallye slash in den nächsten Bullenmarkt übergehen. Was für mich tendenziell auch wieder bedeuten würde, dass es aktuell gar nicht mehr so schlecht aussieht und aus zeittechnischer Sicht und aus On-Train-Datensicht, dass wir in den nächsten Wochen oder auch in den nächsten 1, 2, 3 Monaten wirklich einen Reversal sehen könnten. Denn wie gesagt, wenn wir jetzt vielleicht hier nochmal 1 oder 2 Monate aufsteigen würden, ein neues High sehen, dann könnte das gut der Boden gewesen sein für den Bitcoin-Preis und wir könnten einen Reversal wieder zur Upside sehen. Was dafür auch noch meiner Meinung nach sprechen würde, ist der Fear and Greed Index. Der initiiert so ein bisschen, wie die Leute aktuell wie im Marktsentiment unterwegs sind, wie optimistisch oder pessimistisch sie sind und man muss aktuell sagen, wir haben Extreme Fear. Das bedeutet, extreme Angst ist im Markt, die Leute sind sehr stark verunsichert. Was ja auch zu dem, was wir uns eben angeguckt haben, im Endeffekt passt. Die Leute bewegen ihre Bitcoin nicht, verkaufen nicht, kaufen nicht, sie denken sich, hm, ich halte vielleicht erstmal die physische. Natürlich, wenn es dann erstmal jetzt vielleicht einen Boden gegeben hat, die Preise wieder langsam, aber kontinuierlich ansteigen, dann könnte das Ganze wieder etwas positiver sich auswirken. Dann würde dieser Fear and Greed Index hier sicherlich auch wieder hochgehen und man könnte vielleicht hier wirklich ein neues High gesehen haben, was dann wieder in einen neuen Bullenmarkt endet im Endeffekt. Das heißt, wie gesagt, auf diese Metric habe ich immer wieder mal einen Blick geworfen, weil es einfach für mich ein deutliches Anzeichen für einen Reversal wäre. Ich würde sagen, wir machen uns auch weiter mit dem Chart, wo wir uns wirklich nochmal die wichtigsten Preislevel mit Liam anschauen. Okay Leute, dann kommen wir als nächstes auch direkt zur Chartanalyse und wie ihr sicher gestern gesehen habt oder was wir uns direkt mal anschauen wollen, ist natürlich der sehr, sehr wichtige Weekly Close, den wir gestern, also vor ungefähr momentan, ja, 13 Stunden hatten. Dementsprechend, wie ihr hier sehen könnt, hatten wir diesen Weekly Close tatsächlich über unserer Support Zone, dementsprechend hier auf jeden Fall ein wichtiger Close für den Bitcoin-Kurs, der entscheidend darüber war, ob wir jetzt hier nochmal ein fetteres Short Movement sehen oder hier erstmal drüber bleiben. Und bis jetzt sieht es ja einigermaßen gut aus. Wir haben hier wirklich diesen guten Weekly Close und sind momentan am Bouncen. Daraus habe ich jetzt direkt erstmal dieses Pattern hier eingezeichnet, das ist ein Falling Wedge. Dieses Falling Wedge ist typisch dafür, Long auszubrechen und unser Long Breakout Target von diesem Pattern wäre theoretisch bei ungefähr, je nach Breakout, beziehungsweise man kann das ja auch so einzeichnen, wir wollen das ja eher realistischer halten. Und jetzt nicht ein unnötig hohes Breakout Target nehmen, je nachdem, wo es ausbricht, dann hier ungefähr in einem Bereich von 55.000 bis 60.000 US-Dollar ist ganz schön schwierig zu sagen, aber selbst wenn wir aus diesem Pattern hier ein Breakout hätten, wäre es schon unglaublich wichtig für den Bitcoin-Kurs. Denn wir sind hier ja schon von dieser Linie abgeprallt mäßig. Dementsprechend wäre es auf jeden Fall wichtig, wenn der Kurs diese Linie hier oder sowas wirklich durchbrechen könnte, dann hätten wir nämlich eine Bestätigung, dass unser Downtrend hier erstmal zu Ende wäre und könnten uns darauf fokussieren, hier wichtige Widerstände zu durchbrechen, um weiter nach oben zu kommen mit dem Kurs. Wenn wir uns den Chart jetzt mal auf dem Daily Chart ansehen, dann können wir auch hier erkennen, dass wir hier einen sehr schönen Bounce hatten. Ein sonderlich großes Pattern lässt sich hier aber noch nicht abspiegeln, vielleicht so ein W-Pattern hier. Werde ich aber nochmal genauer verfolgen, Leute, und euch dort up-to-date halten. Denn hauptsächlich wichtig war jetzt der Weekly Close erstmal über unserer Support Zone. Auf den kleineren Timeframes sieht es dann nochmal eher spannender aus, denn da haben wir ja wirklich jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen und das ist nicht zu viel Durcheinander, denn hier haben wir tatsächlich einmal so ein Rising Wedge und dann haben wir nochmal so ein Symmetrical Triangle. Das hatte ich ja vorher schon in Videos eingezeichnet und danach habe ich das gewechselt auf unser Rising Wedge. Aber letztendlich hätten hier theoretisch beide Pattern eine Long-Breakout-Wahrscheinlichkeit. Aber eigentlich sogar schon eher das Ascending Triangle, denn das Symmetrical wäre ja ein Continuation Pattern, was dafür sprechen würde, dass wir weiter short gehen. Und das Ganze sieht hier einigermaßen gut aus. Wie ich gestern im Video schon gesagt habe, konnten wir diese untere Trendlinie hier halten und haben diese als super Support genutzt, um dann hier tatsächlich einen Breakout hinzubekommen und über die Support Zone nochmal zu kommen, was dann für den guten Weekly Close gesorgt hat und jetzt natürlich für Hoffnung hier sorgt. Und als nächste Breakout-Ziele würde ich jetzt einfach mal nennen, dass wir erstmal über diese obere Linie kommen, denn wir haben hier definitiv, wie man hier an unseren Peaks erkennen kann, auch eine Horizontal Resistance, die hier schon öfter gehalten hat. Dementsprechend wäre es erstmal ein Ziel für den Kurs, hier wirklich über diese horizontale Resistance zu kommen oder Resistance Zone zu kommen und dann nach oben auszubrechen und in Richtung der wirklich 32, 33, 34.000 US-Dollar erstmal von unserer Support Zone hier bei den 30.000 US-Dollar nach oben wegzukommen und sich in Sicherheit zu begeben quasi. Ja Leute, das war's mit der Chart-Analyse. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und als nächstes kommt der News-Part mit Timo. Und zum Ende des Videos kommen wir dann einmal zum News-Part mit mir, Timo, auch an dieser Stelle ein herzliches Hallo von meiner Seite. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute soll es einmal, wie bereits man diesem Bild entnehmen kann und eben auch im Intro bereits erwähnt wurde, um eine sehr, sehr bearish-News für Bitcoin gehen und ich werde euch jetzt einmal anhand dieses Coindesk-Artikel updaten und hier eben auf den neuesten Stand bringen. Die Überschrift nimmt es bereits ein bisschen vorweg. The Put-Call-Ratio for Bitcoin-Options reached yearly highs. Wir sehen also, dass wir sehr, sehr viel mehr Put-Optionen im Markt haben und dieser Artikel geht darauf einmal genauer ein. Vorweg, kleine Background-Informationen. Wir haben in den letzten Monaten eine größere Korrelation zwischen Bitcoin und Aktienmärkten gesehen. Daher jetzt eben aufgrund der Lockdowns in China sowie aber auch der weiteren Kriegsthematik haben wir natürlich auch beim Bitcoin-Kurs sowie bei den Aktienmärkten Rücksetzer gesehen. Darüber hinaus haben wir jetzt, Chart-technisch hat Liam natürlich vorhin schon angerissen, sieben rote Wochenkerzen am Stück, was eben auch eine sehr, sehr interessante Bitcoin-Thematik ist und jetzt wollen wir uns einmal ansehen, was denn überhaupt dieses Verhältnis aussagt. Und da sehen wir eben, dass wir auf dem zwölfmonatigen Chart also ein neues High haben von 0,27 von eben Put-Optionen. Das bedeutet, dass wir eben sehr, sehr viele Menschen im Markt haben, die davon ausgehen, dass wir eben einen weiteren Rücksetzer haben. Man kann aber auch davon sprechen, dass in der Gesamtheit die Investoren entweder darauf spekulieren, dass Bitcoin runtergeht oder aber ihre eigenen Portfolios gegen, sag ich mal, diesen Rücksetzer oder eben eine größere Korrektur absichern wollen. Was aber sehr interessant ist, wenn wir uns einmal dieses Diagramm auch hier unten anschauen, sehen wir schon, dass das letzte Mal, dass wir eben eine so hohe Ratio hatten, im April 2021 waren. Da hatten wir eben ein Verhältnis von 0,96. Das heißt, im Vergleich zu 0,72 waren wir dann noch ein bisschen höher von den Put-Optionen und damals haben wir auch, wie man hier sehr schön lesen kann, einen 50-prozentigen Drop bis in den Mai hineingesehen. Was aber auch sehr interessant ist, was man hier noch dazu sagen kann, dass eben jetzt am 27. Mai, wie man hier sehr, sehr, sehr schön sehen kann, 63.000 Bitcoins worth of open interest, also sozusagen 63.000 Bitcoin an offenen Positionen expiren werden. Das bedeutet, hier wird ein sehr, sehr großer Teil dann erstmal rausgenommen aus dem Markt. Trotzdem ist es aber interessant, dass man in der Gesamtheit sieht, dass aktuell sehr, sehr viele Leute erstmal short sind und man jetzt eben schauen muss, wie sich der Markt wirklich weiterentwickelt. Vom Großteil her kann man sagen, dass erstmal der Optionsmarkt short ist, ist aber auch gar nicht so ein großer Indikator, weil es meistens, wie wir eben auch vorhin in diesem kleineren Absatz gelesen haben, sein kann, dass die Leute eher ihre Portfolios absichern. Im Großen und Ganzen ist das aber eine sehr bearish News, müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn es hier eben wieder weitere Steigerungen bei dieser Ratio gibt, werde ich euch natürlich updaten. Das war es jetzt erstmal weiter vom News-Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Aktiviert die Glocke, kriegt ihr immer die News, wenn wir eben unsere Videos hochladen. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.